In der heutigen Mini-Lektion präsentiere ich ein Marketing-Instrument, wovon die wenigsten anderen Marketing-Experten sprechen. Es kommt hier gleich als Frage auf dem Slide. Verfügen Sie über einen eigenen Prospekt für den Online- und auch Offline-Einsatz? Heutzutage ist es besonders wichtig, dass man andere Dinge tut, dass man möglichst viele Marketing-Instrumente einsetzt, weil es so leicht geworden ist, Online-Werbung zu schalten. Jeder schafft es, eine Facebook-Anzeige zu schalten oder auch eine Google-Anzeige, was früher sehr kompliziert war. Und somit hat man dann plötzlich Hunderttausende oder Millionen von Mitbewerbern. Und deswegen muss man auch andere Marketing-Instrumente anschauen, wie zum Beispiel eben einen Prospekt zu gestalten und online zu stellen oder sogar drucken zu lassen. Und deswegen kommt es jetzt hier vor, in meinem Mini-Arne-Lehrgang mit dem Titel 5 Top-Strategien zur Erfolgssteigerung. Das hier ist bereits Lektion Nummer 4. Und falls Sie die Lektionen 1 bis 3 verpasst haben, kein Problem, da gehen Sie einfach jetzt auf die Plattform rouge-gratis.com, unsere neue Plattform, und dort finden Sie dann alle Folgen, plus noch viele Audios und Videos aus der Rouge-Welt. Ja, und jetzt Thema Prospekt. Der kann ja online sein, er kann aber auch offline sein, gedruckt, so wie hier der Rouge Erfolgskatalog. Und es gibt auch verschiedene Grössen. Es gibt so bestimmte Idealgrössen, also sind da meistens so Viererschritte, weil das dann am besten geht zum Drucken. Es kann so umfangreich sein wie hier der Rouge Erfolgskatalog. 84 Seiten. Aber es gibt auch kleinere Firmen, die haben dann vielleicht so einen Vierseiter oder einen Achtseiter. Was auch gut ist, sind so 16 Seiten. Wir haben auch bei uns zum Teil 16 Seiten im Einsatz und ist auch eine gute Sache. Ich habe jetzt hier mal als Vorbereitung auf diese Lektion auf der PowerPoint für Sie ein paar Einsatzmöglichkeiten aufgeführt. Hier mal der erste Einsatzbereich. Sie könnten den Prospekt oder den Katalog per Briefpost einfach an alle schicken. Das heisst an alle Kunden oder an alle Interessenten. Das kostet halt relativ viel Geld. Das hängt ein bisschen davon ab, wie teuer Ihr Produkt ist, was so die Umwandlungsquote ist. Das wäre so die eine Variante. Die zweite Variante, per Briefpost an bestimmte Interessenten schicken. Das heisst nicht jeder, der sich bei Ihnen einträgt auf der Website, jeder, der seine Adresse hinterlässt, bekommt dann nicht unbedingt den Prospekt oder den Katalog, sondern nur bestimmte Interessenten. Leute, die auf bestimmte Links geklickt haben oder Leute, die ein bestimmtes Video angeschaut haben oder Leute, die fünfmal auf einen Link geklickt haben, die bekommen dann vielleicht diesen Prospekt, weil es kostet ja doch ein bisschen Geld für Porto, für das ganze Handling, Lettershop und so weiter. Und das ist auch dann ein bisschen die hohe Schule des Marketings. Also auch bei uns ist es so, wir verschicken nicht einfach alles an alle. Ja, dann gibt es noch den nächsten Bereich, auch immer noch im Offline-Bereich. Man legt den Prospekt oder den Katalog in Pakete. Also wir machen das so, wenn Sie im Rouge Verlag ein Hörbuch bestellen oder ein Erfolgspaket oder mehrere Sachen bestellen, dann wird immer dieser Katalog hier, der Rouge Erfolgskatalog, der 84-seitige, wird beigelegt. Da wird noch ein weiterer Prospekt, ich glaube so ein 16-Seiter, wird auch beigelegt und noch ein paar andere Dinge. Und das ist sehr wertvoll, weil so hat der Kunde etwas, das bei ihm liegt. Er kann rumblättern und das erhöht dann auch wieder die Chance, dass er nochmals etwas bestellt. Der nächste Einsatzbereich, der ist natürlich etwas günstiger, kostet im Prinzip so gut wie nichts. Man platziert den Prospekt einfach als PDF-Download auf einer Website und man kann dann vielleicht direkt darauf zugreifen mit einem bestimmten Link oder man trägt sich ein über ein Formular und bekommt dann den Zugangslink zugeschickt. Auch das ist eine gute Variante. Es kostet dann halt kein Geld. Klar, man hat es dann halt nicht so vorliegen auf dem Schreibtisch. Man müsste es dann theoretisch ausdrucken, aber auch das ist ein guter Weg und vor allem die meisten Ihrer Mitbewerber haben das nicht. Ja, dann hier der nächste Einsatzbereich. Sie können auch in E-Mail-Links den Link zu einem PDF-Download geben. Das sehen Sie auch bei uns, wenn Sie bei uns in bestimmten Kampagnen drin sind. Da gibt es dann bestimmte Prospekte oder White Papers, die man dann so bekommt, indem man dort auf einen E-Mail-Link klickt. Und hier noch die letzte Variante auf Social Media. Den Link auch da anbringen zu diesem entsprechenden PDF-Download oder eben White Paper oder was auch immer. Und so hebt man sich von Mitbewerbern ab, weil eben die Mitbewerber, die haben dann vielleicht keine Lust, so einen Prospekt zu texten und gestalten zu lassen und online zu stellen. Und man kann immer mit den Leuten abhängen durch Fleiß und durch innovative Ideen. Und wenn Sie in der Rouge-Welt dabei sind, wenn Sie auch meine Lehrgänge absolvieren, meine Marketing-Lehrgänge, dann lernen Sie eben Sachen kennen, womit Sie sich abheben können, wodurch dann Ihr Umsatz gesteigert wird und vor allem auch Ihr Gewinn. Also wirklich eine Megasache. Ja, und jetzt habe ich hier ein Bild, von einem Top-Anwender von Rouge-Strategien, nämlich Carsten Höfer. Er ist Kabarettist, hat bei uns auch schon Essay-Contests gewonnen. Sie haben vielleicht auch schon sein Gesicht gesehen, er hat auch einen Bestseller geschrieben, nämlich Frauenversteher. Damit war er auch schon mehrmals im Fernsehen. Und er hat dann auch bei uns den Rouge-Marketing-Diplom-Lehrgang absolviert. Zunächst als Teilnehmer hat er das Diplom bekommen und dann wurde er auch mein Co-Moderator. Und hat dann den Lehrgang nochmals ein paar Mal absolviert in der Form eines Co-Moderators. Und was hat er dann gemacht? Er hat einen Prospekt erstellt für sein Cabaret-Programm. Und dort drin waren dann seine Bücher, seine DVDs und Kundenstatements und so weiter und so fort, was absolut genial ist. Und vor allem, er war dann so ziemlich der Einzige in seiner Branche mit einem Prospekt. Und ich habe jetzt ihn mitgebracht als Beispiel, damit Sie sehen, man kann das im Prinzip in fast allen Branchen einsetzen. Hier auf dem nächsten Slide sehen Sie ein White Paper von uns mit dem Titel «Die schnelle Starthilfe für die Steigerung Ihres persönlichen und geschäftlichen Erfolges». Und diesen Prospekt findet man direkt unter alexrouge.com-staat-hilfe. Und das haben wir bei uns auch so eingeführt, weil jetzt vor allem neuere Kunden, neuere Interessenten, die sind vielleicht ein bisschen überfordert mit den Hunderten von Angeboten, die wir haben in der Rouge-Firmengruppe. Und mit dieser Starthilfe in Form eines Prospektes ist es dann für den neuen Kunden oder neuen Interessenten einfach total viel einfacher, einen Einstieg zu finden. Da kann man mal so ein paar Hauptprodukte kaufen und sich mit dem ein bisschen beschäftigen und dann Schritt für Schritt in die Rouge-Welt eintauchen. Das zweite Beispiel von mir jetzt, das ist jetzt ein echtes White Paper mit dem Titel «Rouge-Marketing verleiht Ihre Firma und Ihnen persönlich Flügel». Und dieses White Paper finden Sie unter alexrouge.com-marketing-white-paper. Das sollten Sie auch unbedingt sich einmal anschauen, einerseits, weil Sie sich für Rouge-Marketing interessieren, aber auch, damit Sie mal sehen, wie wir das bei uns machen. Wie nutzen wir bei uns Prospekte, dass Sie dann auch ein paar Ideen bekommen, was Sie tun könnten mit Ihrer eigenen Firma. Und dann können Sie dann mal entscheiden, wird es jetzt ein Vierseiter oder wird es ein 84-Seiter oder irgendetwas dazwischen. Aber es ist wirklich eine geniale Strategie. Zum Schluss von dieser Lektion habe ich wie üblich auch ein paar Empfehlungen für Weiterbildung. Hier mal das erste. Wir haben eine Weiterbildungsshow produziert hier in unserem Videostudio mit fünf Kameras. Mit dabei war auch Ferris Bühler, der PR-Berater. Und diese Weiterbildungsshow trägt den Titel «Acht bislang ungenutzte Marketingchancen». Und Sie bekommen kostenlos einen 72-Stunden-Zugang zu dieser Weiterbildungsshow unter alexrushinstitut.com schrägstrich acht Binnenstrich Marketing Binnenstrich Chancen. Ja, und Sie haben es gehört. Es ist kostenlos. Sie bekommen kostenlos einen 72-Stunden-Zugang. Und dort lernen Sie eben ungenutzte Marketingchancen kennen und dadurch haben Sie einen Konkurrenzvorsprung. Dann hier das nächste. Eine Kundenrezension. Und die kommt von Stefan Grimm. Und er hat ein Seminar Feedback uns abgegeben. Und er schrieb dort «Alex at his best». Sein Seminar ist jede Minute und jeden Kilometer, den man fährt, wert. Warum? In vielen Seminaren von anderen Mitbewerbern gab es Phasen, in denen ich mich nicht angesprochen fühlte und Leerlauf herrschte. Alex Rouge präsentiert das Thema über die zwei Tage aus einem Guss mit gleichbleibend hoher Qualität. Man merkt, dass Alex Rouge wirklich daran interessiert ist, dass seine Teilnehmer höchstmöglich von seinem Wissen profitieren und es umsetzen. Zwei Tage Fakten und Tipps am laufenden Band. Direkt aus der Praxis und für die Praxis. Sprich, es gibt konkrete, direkte Empfehlungen für die Umsetzung. Höchst empfehlenswert und zu 100% ein Gewinn. Stefan Grimm aus Siegen in Deutschland. Und das ist einfach nur eines von vielen Testimonials von Seminar-Teilnehmern. Aktuell ist es so, dass wir nicht mehr viele Seminare veranstalten. Vielleicht noch ein Seminar pro Jahr oder auch ein Seminar alle drei, vier Jahre. Das heisst, Sie müssen halt auch auf unserem E-Mail-Verteiler sein und das dort mal erwischen. Aber, was wir haben, sind natürlich Online-Lehrgänge, wie zum Beispiel der Rouge-Marketing-Diplom Online-Lehrgang mit 25 Modulen, wo mein komplettes Marketingwissen drin ist plus das Wissen meiner Co-Moderatoren und Fachexperten. Und damit sind wir am Schluss von dieser Lektion, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, falls Sie die anderen Lektionen verpasst haben, kein Problem, da gehen Sie einfach auf die neue Plattform rouge-gratis.com Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, Sie in der nächsten Lektion begrüßen zu dürfen.